Hallöchen! Ich bin hier gerade auf der Kammer-Eck-Alpe und da gibt es tatsächlich veganes Essen. Ich bin ganz erstaunt. Man muss zwar ein bisschen suchen auf der Karte, aber die sind hier sehr nett und ich zeige euch jetzt, was ich da bestellt habe. Also Getränke ist ja klar, es gibt es, aber hier gibt es, zeige ich euch mal, seht ihr das? Das ist leckeres Sauerkraut und die machen das ohne Schmalz und ohne Milch und das ist tatsächlich vegan. Und dazu haben sie ein Sauerteigbrot, das riecht richtig fantastisch nach Gewürzen, ganz frisch. Ja, und ich freue mich sehr, dass es hier ein veganes Essen gibt. Auf der Alm hätte ich nicht gedacht. Okay, ich lasse mir es mal schmecken und ich zeige euch mal den Ausblick hier. Das ist perfekt. Ich sage mal Ciao!